Liebe verliebte Paare, mein Name ist Gaby Michiluzzi. Und mein Name ist Vanessa Michiluzzi. Wir von den Hochzeitsfeen dürfen seit 20 Jahren jedes Jahr bis zu 300 Brautpaare verzaubern. Nach dem ersten persönlichen Kennenlernen beginnt eine unglaublich spannende Planungszeit. Viele Paare legen die gesamte Planung und Organisation in unsere Hände. Mit dem Bewusstsein, was das für eine Verantwortung ist, lieben wir diese Planungszeit und legen unser ganzes Herzblut in unsere Arbeit. Jedes Paar ist einzigartig und darum ist auch jede Hochzeit einzigartig. All unsere Erfahrung steht unseren Paaren zur Verfügung und auch unser heißbegehrter Feenstaub, der schon manche Träne wegzaubern konnte. Nach Wunsch sind wir auch am großen Tag dabei, halten das Zepter in der Hand und dem Brautpaaren den Rücken frei, dass sie sich ganz auf ihre Gäste konzentrieren können. In unserem eigenen Grafikatelier entwerfen wir mit unseren Paaren die Einladungskarten, bei der jede einzelne ein Unikat ist. Die gesamte Papeterie entsteht aus Feenhand. Ja, und in unserer Meisterfloristikwerkstatt lassen wir die Gefühle der Paare mit unseren Blumen und Dekorationen sichtbar werden. Und am Ende eines Hochzeitstages gehen wir jedes Mal zwar ein bisschen müde, aber mit ganz vielen Schmetterlingen nach Hause. Gerne nehmen wir uns auch für euch Zeit, um euch zu verzaubern und euch mit unserem Rundum-Sorglos-Paket verzaubern zu können. Wollt auch ihr zauberhaft heiraten?